Ihr schließt neues Land, mein Freund? Großartig! So, Goldbergwerk. Äh, ich muss auch noch beim Kohlebergwerk hier schauen. Gebäudeausbau fertiggestellt. Gut. Die beiden auch ausbauen. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich. Aufgrund der Audioqualität nicht möglich ist. Hintergrund der Audioqualität nicht möglich ist, der sich während der Audioqualität nicht möglich macht. Oh, darf sie jetzt auch endlich bearbeiten? Ja, darf sie. Gut, Gott sei Dank. So, das wird alles funktionieren. Ich könnte Straßen ausbauen. Also wenigstens hier die Hauptstraßen. Gebt acht. Einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelshausenposten errichtet. So, ihr werdet angegriffen. Oh, wo denn? Da könnte er sogar durchbrechen. So, ihr werdet das Handy Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsmüssenposten. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So, was wir jetzt noch fehlt, ist ein Radmacher. Das ist übrigens schön zu sehen, gerade fällt mir so auf, dass die Wohnhäuser auch unterschiedlich aussehen können. Ja, das könnte mich jetzt hochkosten. So, zwei Pikki-Diere mal wieder verloren. Die können wir aber zum Glück ganz leichter setzen. So, so nach Bedarf. Wie sieht es mit dem Gold aus? Bald haben wir es zusammen. 50 brauchen wir ja, 50. Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. So, wie sieht meine Fleischproduktion mittlerweile aus? Femina-Produktionsgüter, jetzt nicht mehr gerade. Einer eurer Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. So, das heißt, es ist ausbessert und das hier noch ausbauen. Oh nein, euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. Ja, nur zu Technologien wird er keinen Zugang mehr haben. 8, 6, 3 und 8, 5, 2. Ihr werdet angegriffen. Au. Da muss ich sofort zum Gegenschlag einleiten. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Oh nein, euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. Nur nehmt mein General und seine Armee und zerschmettert eure Feinde. Das war's für heute. So, Angriff abgeblasen. Wir müssen sehr viele Pikiniere nachfilmen. Äh, wie viele fehlen jetzt? 8 26 haben wir von 34. Also fehlen 8 Pikiniere. Äh, habe ich noch kein Waffenspiel? Doch, habe ich. Der steht aber nur bei Bedarf her, gell? Da ist er. Ja, nur nach Bedarf. Genauso wie die Radbacherei. So, ein Standardträger. Ich habe 20, 28 Einheiten. Wäre ich da jetzt noch ein paar Kanoniere reinpackt. 28 bis 34, 6 Kanoniere. 29יס 8 25 25 25 26 26 26 Vielen Dank. Ja, ich muss hier wieder Reparaturarbeiten machen. Also ja, er ist leider nicht der General, den ich erhofft hatte. Ah, besser als keiner. Da werden wir unseren Gustav, der Gescheite war's, oder wie hieß er, ja, dazu benutzen, die Frontlinie zu erobern. Und die sind dann auch zu befestigen. Und ja, die Gruft, aus der Gruft könnten wir theoretisch wieder Geistersoldaten machen. Deswegen will keiner gerade die Gruft so einnehmen, weil sie viel zu stark bewacht wird und so. So, die letzte Technologie. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Also ja, wie viel 18 und 12 war's, gell? Ja, 18 und 12. Das ist eine ganz schöne Baustelle an... Wo wird's doch geistlich, ne? Aber das hat man auch gekriegen. Das wäre ja eigentlich schön, wenn Kodratin auch mal wieder was tun würde.